Frau Professor Denev, habe ich das richtig verstanden? Die Grünen sind auf allen politischen Feldern zu Hause, können bei allem mitreden und haben auch Vorschläge und sie zeigen sich staatstragend und regierungswillig, oder? Ja, regierungswillig. Also ich glaube schon, dass auf verschiedenen Seiten jetzt so ein bisschen eine Annäherung stattfindet, die eine mögliche Zusammenarbeit, die ja irgendwie auch unausweichlich ist, wie man in Österreich sieht. Zum Beispiel? Das es leichter macht für die Zukunft. Aber ich würde darin jetzt vor allem auch so eine Veränderung sehen in der Prioritätensetzung. Also bisher war es doch eher so, dass es den Versuch gab, die ökologische Agenda in den Vordergrund zu rücken und gegen die wirtschaftlichen Interessen zu artikulieren. Und jetzt geht es um eine andere Idee, nämlich um eine andere Form von Industrie- und Wirtschaftspolitik. Um welche? Um eine klimaneutrale Wirtschaft, um eine andere Vision, wie Industrie im 21. Jahrhundert funktionieren kann. Und Ökologie nicht gegen wirtschaftliche Interessen, sondern in der Industrie und in der Wirtschaftspolitik als genuines Thema zu verankern. Und das ist neu, die Sprache, die man auch findet. Ja, also die Grünen denken natürlich schon sehr lange darüber nach, aber es ist jetzt sehr pointiert formuliert in diesen Pressestatements, die man heute gehört hat. Ja, und wir müssen mal auch über Hamburg dann auf jeden Fall noch reden, weil es gerade auch nochmal angetextet wurde. Klar ist, dort ist die einzige Landtagswahl in diesem Jahr. Und es gibt da zumindest so die Richtung, die vorgegeben wird. Wir wollen den ersten Bürgermeister Hamburgs stellen, die Grünen. Ist das realistisch anhand der Zahlen, die gerade existieren? Sicher, da gibt es eine realistische Option, nicht? Also so wie die Umfragen im Moment aussehen, ist ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen der SPD und den Grünen zu erwarten. Und das ist offen, wie das ausgeht. Wie hoch sind die Zahlen? Naja, die Zahlen sind jetzt so bei 28 Prozent für die SPD, 26 Prozent für die Grünen. Aber das ist keine wirkliche Differenz. Das ist innerhalb des Messfehlers. Also abgesehen davon im Wahlkampf kann sich da noch einiges bewegen. Die Grünen haben eine realistische Chance, diese Wahl für sich zu entscheiden. Und wo würde das, auf was hinauslaufen? In Hamburg eine Koalition eher links oder eher dann in Richtung Union? Was glauben Sie? Das kann man im Moment wirklich nicht sagen, weil das zeigen ja die Wahlergebnisse an verschiedenen Stellen, dass es wirklich davon abhängt, wie die Wahlen ausgehen und ob es überhaupt reicht, zum Beispiel für Rot-Grün. Also das ist dann wirklich die Frage. Also da stellt man sich auf und wir bewerten das Ganze. Ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihre Einschätzung und Bewertung.